Borderlands New Pre-Sequel mit Flash Mit Zettus Rangesprungen! Oh nein! Nicht! Runterspringen! So Warte mal wir wollen das die Hauptstory verfolgen Hauptstory Hyperion Herz, Helmuthes Kommen wir da hin? Ja kommen wir hin Beim letzten ist ja Jack Mit Lilith und Rowland runter gegangen Jetzt treffen wir auf die Und als du die Aufnahme beendet Hat man noch ein bisschen gespielt Noch ein paar Schüsse eingesetzt Kann man nicht schweben Guck mal da ist ne Schleife dran Ja hab ich auch schon gesehen Ich hab da sind überall jetzt Schleifen dran Ich will nicht wissen Wie die Gegner aussehen Wir haben jetzt den Weiten Weihnachtstag Und wir zocken Aua Aua Das ist immer irgendwas drin sein muss Ist doch nur meine Was kommt da? War es nicht Was warst du nicht? Ich hab den Namen nicht ausgelöst Nein Tja Ich treffe sie ein Das kann man bestimmt ausschalten Irgendwie Hä Wieso haben wir denn jetzt? Ah WTF grad konnte ich nicht durch Hä? Okay Kommst du durch oder wie? Hm? Ja vielleicht war das noch so'n Schutz eben Hier ist nix Oh da ist er Wer ist wo? Jetzt komm her du Sau Jetzt komm her du Sau Ich guck mal hier oben noch Keine Chance Ich komme Hallo Ich komme Hallo Ich komme Außer Sie können mich nicht feuer Das haben sie nämlich schon Autsch Sag was Nee der Power Suit ist das hier Small Power Suit ganz ehrlich Ich stirb Das Dein Arm Ja Mit den Waffen netter kannst du ja durchrasen wieder Ja Hat auch mal Zeit Ja aber auch nur wenn wir die Wir die Schlüsse Durch die Schlüsse geholt haben Ja Mehr auch nicht Ich kann ihn doch nicht hinterher Ich wollte ihn abschieben Arschloch Ich nehm alles mit hier Ja mach mach Hey einer wird unssichtbar hier Hey einer wird unssichtbar hier Eeeh ja ich muss noch chillt da wieder auffällen Tf Was ist mit dir denn hinten los Teeh weg warst du Wow von hinten hat weh wieder Ist klar Na doch Ich mach mal das nachladen Ich bleib da erstmal stehen Da oben ist einer Ist das unser? Wer ist ein Feind Wach Keine Ahnung Ist echt Ah er war Äh Raute Oben Rechts Ich loot mal eben Munition mäßig Schriften der haut doch schon rein Na komm mal hier Hier gibt's nen Job Okay Die schriften die muss ich auffallen Also die haut so viel Zeug weg Waffen Waffen Wundervolle Waffen 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 Dann nehmen wir noch Die mit Waffen Waffen Die brauche ich nicht Die brauche ich nicht Aber schriften Munition könnte ich noch Eingefroren Äh guck mal du hast Erfahrung durch mir bekommen Und bist ein Level gestiegen Ja Na dann Kämpfer weiter Ich hab den einfach nur zwei Schüsse verpasst Der war weg Komm Guck Äh Feuerrat Ich hab irgendwas für eine Nachladegeschwindigkeit Diese Gegner die sich unsichtbar machen können ne Bisschen nervig Unsichtbar hier Unsichtbar hier Unsichtbar für dich Oh oh Kommt Na Kampf Ich bin aber weggegangen Wollte den da hinten ja eigentlich anstehen Oh du mit hässigen Fingern da immer Oh 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 bist du schlecht Ach schieß Der her Der her Also fiss mich nicht Fiss mich nicht sanitäter der lost liedchen das immer noch einer jetzt bin ich hier voll festnehmen ist seine schuld alter die waffe konnte mich aber an jan hat öfters eingefroren was heute meine gegner wir müssen wahrscheinlich deine mutter da hinten ganz ehrlich ich gehe rechts tschüss feuer frei hat die die sounds irgendwie geändert schnee flöckchen weißröckchen ich würde sagen ja jede kiste hat ein geschenk bing schaffst du oder schmeißt eine granate rein ne ich schaff hier so na froschen zu vergessen mein freund er kann mir nur nix kein schaden zu fühlen so wirklich eben wie man schusset ich häng hier im feld mach schnell 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 ich kam hier nicht weg kristen ja er hat mich in die ecke gedrängt dass ich dann die weg kam und das mistik kommen die denn immer her meine güte ey was sind spawnpads ja ich merk schon kann man die dinge nicht schrotten aua hörst du den laserstrahl ich schwimmen la 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 weiter 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 heute wird gewascht du aber auch noch oder nicht was der das punkt habe ich vorher schon verteilt ja wegen level aufstücken jetzt mhm deswegen habe ich ja gesagt mach du musst du mädchen ach so du fortfahr ich guck mal hier fix ah ne munition meins meins ich glaub wenn die muni voll ist dann wird aufgehalten ne ne dann sammelt der einfach weiter bis du nachgeladen hast ja moment wo da rein offen mhm gibt es ein stromkabel für naja das rote stromkabel folgen ja anscheinend ja es geht da irgendwo rein betritt sechs büro hallo ja vielleicht kannst du dich von einem claptrap autorisieren lassen es müsste einer in der nähe sein versuch nicht das ding selbst zu öffnen fragtrap ich habe deine tür öffner funktionen gelassen als ich dir die machten teil links und treppensteig protokolle aufgespielt habe ok ah hier ist irgendwo in der ecke der ist da oben und der ist hier in der tür drinne hast du doch schon gemacht ich stehe gerade die ganze zeit auf die gegner da oben hast du naja ich muss mit dem naja ich muss mit dem ach nö was hast du da gemacht eben mit dem gesprochen naja aua du faggot oh oh nein nicht mit einer sicherheit nein 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 das kann nicht gut werden oh falsche flasche kann doch nicht gut werden da sag ich ja idiot er macht muss er denn frosty kann nicht hoch genug springen um einzusetzen nee wir sind auch in einer zone wo es nicht klappt doch muss noch richtig springen boah ey alter was denn jetzt los war doch klar guck mal dass wir gestorben oh ich wollte da rein springen ja ja das war meine fläche schild runter ich mach den schild runter wer es glaubt es kommt gleich feuer pass auf meinst du? na sicher